Musik Ich wurde hier schon mal angekotzt. Hä? Ich stand schon mal draußen, wurde angekotzt. Ich stand hier schon mal in Klebe. Ja. Ach, du stand es draußen. Also da draußen gekotzt worden. Ja. Komm jetzt, du bist so schön, Alter. Wenn du mal weggekotzen kannst, dann kannst du nichts drauf machen. Ja. Ah, ich hab die Jacke damals auch wahrscheinlich gekotzt. Ja. Mach ich ja da dichter Ding, warum fährt er nicht mit? Ja. Ja. Ich hab hier auch Schlaggeschiss gehabt. Muss ich dir vorstellen, dass das ein bisschen, wenn das Ding so ein bisschen schon anfängt schlägt zu werden, dann ist das so ein bisschen das gleiche Gefühl als beim Motorradfahren. Das ist ganz geil eigentlich. Das ist ganz geil. Ich bin jetzt wirklich wichtig für den Ur-Klein-Gang-Gang-Gang-Gang-Gang. Scheiße. Ich hab hier schon. Scheiße. Fuck. Das kommt zum Motorradfahren. Er ist echt relativ klein. Ja, aber geht gleich noch schneller. Ja, ich weiß aber das fühlt sich schon besser. Junge. Das fühlt sich echt ähnlich an. Wie geil ist das denn? Ich bin hier langer aus dem Weg gegangen, hab ich immer gesehen. Ich muss mich gleich mit zum Beruhigen, glaube ich. Wer ich bin? Ich bin beruhigen. Ich bin, glaube ich, nicht beruhigen. Alter, voll geil. Dieser Motorraddienst. Das denke ich ist aber noch langsam. Das ganze Finale, glaube ich. Richtig? Ich glaube schon. Wichtig gesagt, noch nie gefahren. Ich hab immer gesehen, aber nicht draufgeheben. Nein! Fuck! Alter! 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 Kann der Ding noch schneller? Nein! Warte, warte, warte. Nein! Oh, Jesus! Der fährt immer zweimal schneller. Der fährt noch einmal schneller vorbei. Das ist der Fertman. Ja. Fertman. Fertman. Ja. Du lachst ja doch. Das wird zum Beispiel so hoch. Nick fand so schön. Er hatte freundes Gehen. Ja. Das ist halt richtig. Ja. Letzte! Ja, aber ich hoffe, der macht das jetzt mal an. Ich will das so in der Sonnsee machen. Das ist hier, ne? Fangen wir gemütlich an, ne? Nach 10 Minuten gefühlt. Was? Echt? Der Rico sagt gerade, fangen wir gemütlich an. Der reicht gar nicht. Das ist gemütlich. Ja. Der hat gesagt, fangen wir an. Ja, das ist gemütlich. Ich hoffe, dass der noch mal anfängt. Der so schlimm ist das Ding ja gar nicht. Ich weiß ja mal, ob wenn ich das zu fahren bin, dann hab ich immer so... Echt? Zender, jein, ne? So! Oh! Habibi! Ich war da, jenna! Abutschlaka! Kannst doch mal die Lampen drüber an der Saratone hören. Hand in die Lampen rein! Du bist ganz schlimm, ja? Das ist ganz schlimm, ja? Ah, das ist ganz schlimm, ja? Du bist ganz schlimm, ja? Ah, Jesus, ich bin ein Wind. Ne, geht! Oh, Mann, 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 Mann! Neue Reise nach Schwané. Neue Reise nach Schwané. Boa! Ätching!